Moin sind sie YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Agrarians Guys, wieder mit dabei ist der André. Oh moin. So, jetzt kannst du dich aussprechen. Im Grund geht das noch weiter, ne? Okay. Ist doch cool. Ähm, du hattest bei mir den Outro Brewer mit da reingetan, ne? Ja, Tintfisch der Spawn EYE liegt vor dir. Beziehungsweise im Inventar von dir. Ich hab's jetzt. Ich muss jetzt aber Manual Detect machen, ne? Ja, das verschwindet aber nicht. Ich hab's ja auch grad so gemacht. Ja, sehr schön. Ujo, ja geil. Was eine sch... schöne Sache. Wo war das Tintenfisch Ding? Ähm... Daneben. Über dem Bauherstand. Warte? Über dem Bauherstand? Da ist da so ein Spawner schon abgebildet. Achso, da. Das da. oh jo ähm oh nether portal was ja was ist was ist mit dem nether portal gemeint warum dimension ich hätte nicht das wieder einmal reinlaufen müssen oder so das ist nur dieses mit den dolls ne die creepy doll haben wir schon eben die sind im system glaube ich oder sind die hinten ne sind glaube ich weiß ich gar nicht keine ahnung writing pick aha geil oh ich habe direktheilungstränke regeneration ja stimmt die habe ich ja auch ja durch die quests gerade rosa und blaue alter 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 zieh dir doch mal rein was ich gleich anziehe was ne vollverzauberter stahl rüstung dia rüstung hier? alles auf protection 5 und thorns 5 ja geil die ziehe ich noch nicht an im nether ganz bestimmt nicht so guck mal das habe ich zweimal rausbekommen sehr geil und den habe ich einmal bekommen ziemlich so dass wir den schon mal hatten ne überhaupt nicht egal einfach alles rein tun was wir jetzt nicht brauchen ich habe auch ein safari in der single use gekriegt it's a mystery mhm da ist was drin das können wir irgendwie rausholen ja das tun wir aber später machen wir später machen wir später ich ziehe auch die rüstung wieder aus wichtig alter einfach so komplette dia rüstung wird auch im system die dia rüstung das problem ist halt dass wir unser unser dingsdächt ein bisschen ausgelastet haben zack zack mhm lol das ist ja voll easy das ist easy die dolls ok den kypidol haben wir schon mhm kypidol haben wir schon ein bisschen gefährlich das ist ohne schwer zu machen hm können wir doch glowstone ach wir müssen sehr wahrscheinlich irgendwo hinlaufen im nether minus 149 60 185 oha wir haben glowstone ja ja glowstone haben wir natürlich glowstone staub so haben angry doll hm creeper doll haben wir hinten gehabt ne hm ja doch mal rüber und hol den oder hol die also ne im nether trau ich mich jetzt erstmal nicht weiter also es ist nicht nur reingehen ich hätte mal ein bisschen zu den koordinaten laufen die da angegeben sind hm also dumm in dem becken was ich gemacht habe zum angeln ne sind auch schon sechs tippe fische oder fünf ne fön ach du scheiße ja nice ja nice da creeper doll wo bist du ne nein die monster fangen wir den creeper bitte nicht explodieren lassen ja die creeper ich will nur die strings daraus haben weißt du da kriegen wir auch eine lohnroute raus ein ende anbälle eine lohnroute und ein viertel herz kacke mann meine spitze ist gleich kaputt meine spitze ist jetzt kaputt mit der spitze weitermachen gibt mir das zeug gibt mir das schneller jawohl das waren zwei fäden ich jetzt zwei fäden so im quest beenden genau da war ja was eine netherroute nice reward kommt nur noch das mit dem nether zeugs immer wieder ein paar herzen zusammengecraftet ihr könnt auch noch ein halbes herz holen durch die zombie crest oder nicht alter stimmt müsste eigentlich auch noch drum sein ohne scheiß ich will gar nicht wissen was ich gerade von einem zombie für einen loot gekriegt habe das ist nicht normal ein stack zombie brain ein stack gunpowder plus sieben aber nur zwei fäden einfach wir haben schon wieder drei volle herzen ne verbrauch gehabt ne aha achst du wieder zehn oder wie ne ich hab ich ja ja doch ich hab zehn klar doch doch ich hab zehn aufgerundet wir haben nether uran erz ne weil du irgendwas sagst wir brauchen nether erz ne echt ja wir haben vier nether uran erz uranium ohr ne ich meinte aber was anderes ich meinte ja wie hieß das ich weiß nicht wie das zeug heißt iridium iridium nether iridium ohr brauchen wir ja aber dumm das ist jetzt aber auch die glaube ich die letzte in dem bereich oder mit dem nether 6 90 prozent welche koordinaten hast du denn eine quest available for complete kommt die letzte in dem ersten koordinaten muss über dem nether portal stehen bei mir und minus 149 60 185 gut das ist schon mal schön weil auch nur den kopf abgebildet ist ne ich finde ich nicht in lohn töten oder sowas gut möglich das wäre wahrscheinlich lohn spawner markiert ist manowar und haben wir die manowar gekriegt was zur hölle was die schien shutgun damit wir dann langsam und das meine ich für nicht ja was zur hölle was kann die denn bitte kann irgendwas interessant kann glaube ich gar nichts naja ok wir haben hier noch 4000 mw stahl noch haben wir noch sand ja wieso 111 also haben wir 141 das mit da drin ja ok da braucht man das nicht für den ähm wie hieß das ding denn nochmal sie 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 und hier sind noch 5000 mp eisen drin in dem hohen ofen ich spür jetzt mal eben sand und äh gunpowder dazu dann haben wir noch mehr stahl ja gönn dir lol was denn ich hab das thief gerade hingesetzt der macht das direkt der hat direkt den autohopper den autodings gemacht und das thief ist mein inventar gut ich dachte schon er wird drei blöcke und ein barren raus und kriegt dann stahl ach doch oh kacke so jetzt aber aiming level wieder normal jawohl das ding arbeitet das ist schön was sieht der jetzt das zeug da das ist nicht wahr ich hab schon wieder aber noch was vergessen ne ist denn bitte bei mir warum vergesse ich denn alles ähm du machst ja gerade was ne ne gerade nicht ähm da ist er ähm ich müsste mal kurz da dran eins zwei drei liegt vor dir was jo ich nehm schon sofort auf gucken wir mal ob du bei steel for the hoarding äh die denn abschließen könnt und ansonsten müssen wir gleich noch was machen ich hoffe einfach mal zack zack ich muss mir noch mal eine chest draus suchen dann habe ich es aber auch ähm die da danke recht locker ähm dann gucke ich mal bei for the hoarding da for the hoarding steam room steam room und dann musst du ja noch die tween gehäuse machen ne steel powered hab ich fertig was meintest du oder wo meintest du in welchem quest dings steel powered flight hab ich fertig steel powered hab ich komplett durch ach die hattest du schon mal ja ja die hattest du schon mal die fehlte mir das noch äh was hast du denn genommen hast du reward bag genommen ja oder hast du reaktor at last genommen ja äh reward bag hab ich glaube ich genommen ja ich hab's reward bag genommen ein prozentig nehm ich auch später wenn wir reaktor aufwerten ist das egal jetzt hab ich mir da cable vergessen dumm und den dolly quaff du dir jetzt nächstes mal keine me sachen auf stumpf ne wieso ja 16 me kabel 16 export bus 16 import bus und speicher bus 16 stück weißt du wie hoch diese chance ist steht da drüber 0,2 prozent ja die satte ich mit der der rüstung auch gerade oha wie geil man wie viel lack kann man mit der haben war das nicht dass die teuer waren die sind arsch teuer die sind arsch arsch teuer und dann habe ich noch in dem zweiten habe dunkelholz setzlinge gekriegt schmeiße die ins system ne ja ne vakuum hopper ist im weg auch nö muss ich das nicht so nehmen und dann irgendwie und jetzt haben wir wieder vier ganze herzen ne ne fünf jetzt machen wir wieder alles zusammen hier jetzt darfst du ja ein paar mal sterben dun hurray 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 der weihnachtsmann ist da mit dem verleben geschenkt jawohl oder jawohl 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 jetzt gönn dir bitte er braucht strom ich kann sie nicht gönnen der braucht strom huuuh this is this is bullshit alter wir haben 1600 karotten what the fuck ich bin mir doch zusammen gekommen ein bisschen die farm oben angeschlossen ne ich habe ein bisschen da reingeschmissen glaube ich am letzten mal da kommt nicht durchs kabel durch meine güte dann halt hier wegschmeißen gönn dir zack gönn dir dankeschön nein 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 das nicht ich brauche energie kabel energie 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 ent upsala nicht ent sondern energie da sind sie doch leadstone energie kabel ich muss nur gucken wo ich die herverlaufen lasse der raum da oben ist ein bisschen provisorisch gebaut will ich fast schon so sagen kann man wohl kann man wohl wer strom erstmal jawohl er macht es er macht es ne wir haben genug strom die batterie wird nicht mal leerer ne ja hab ich gesehen er hört das ist ja auch er hat sich direkt auch angeklemmt wie gesehen batterie ist denn da nur backup genau 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 das ding kriegt mal strom das ding kriegt mal strom so aber an dieser stelle sage ich erst mal wieder danke fürs zuschauen lasst eine kleine Werte, wenn es dir gefallen hat und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Minecraft. Ciao, ciao. Ciao.